Guten Tag alles zusammen, ich bin Enterta Enterprises und ich möchte ein kurzes Video machen, eine Art Tutorial zu der Mustang Delta und allgemein zu Star Saddessen, überhaupt Waffen konfigurieren und auch nochmal kurz auf das Landen eingehen. So, zum Mustang Delta Umbau. Ich möchte da kurz drauf eingehen, weil das meine Mustang Delta ist, welche Waffen ich da drin habe und welchen Schild überhaupt, das ist ja wichtig. So, wie man hier an der Seite sieht, ich habe viermal Bulldog Repeater drin und es sind eigentlich alles vier Size 1 Waffen. Also hier sehen wir bei 1 und 2, dass das zwei Bulldog Repeater sind und bei 3 mal 2, das ist dann unten die Tore dann dran. 4 und 5 sind dann nochmal zwei Delta Rocket Pots, das sind starre Raketen geradeaus. Die sind ganz netzlich, aber die werden sich wohl eher im Arena Commander 2.0 oder 1.2, glaube ich, lohnen, wenn dann die Multicruise-Schiffe kommen, weil die trifft man wahrscheinlich ein bisschen leichter damit. So, wir wollen ja darauf eingehen, welche Waffen ich drin habe. Also, wir können mal kurz schießen. Hier, so sehen die aus. Wie man sieht, die sind alle auf einen Punkt gerichtet, das heißt alle Gimbled. Das liegt daran, dass unten der Turid ist, der ist e-beweglich und an den Seiten sind, können wir kurz anschauen, hier die starren, eigentlich starren Size 2 Waffen. Dank dem Electronic Access Shop, der jetzt den neuesten da ist mit dem Rental Equipment System, kann man sich im Store für Rental Equipment Crates solche Size 2 Gimbled bei Pen Mounts kaufen. Und dadurch kann man die Waffengröße downgraden, aber dafür auch starren Size 2 Waffen, bewegliche Size 1 Waffen machen. Finde ich ganz lustig, da jetzt alle 4 Waffen auf einen Punkt zielen, ist um einiges wirkungsvoller als starre Waffen. So, jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, wie man die Waffen denn konfigurieren kann. Dazu gehen wir in die Optionen. K-Bindings, Advanced Controls, wir scrollen da runter. Nein, eigentlich nicht, wir gehen auf Flight Weapons. So, hier haben wir die Fire Weapon Groups, 1, 2, 3, 4, ich habe jetzt bei 1 Mausbutton 1, bei 2 Mausbutton 2 und bei 3 Mausbutton 3. Das ist der mittlere Knopf, also das Mausrädchen drücken, habe ich eingestellt. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, außer noch, dass wir ins HUD müssen und das HUD haben wir hier. Jetzt müssen wir unterscrollen und da ist an sich nur wichtig, HUD Interact Mode, da habe ich nun Pad 1 und eventuell, nein, das haben sie auf sich zusammengelegt, eben aus Cursor, aktiviert sich dann auch damit. So, dann gehen wir wieder aus der Option raus, können jetzt HUD rangehen und zwar mit Nummern Pad 0. Dann haben wir hier jetzt die Waffen, die könnten wir jetzt auch mit den Pfeiltasten durchswitchen und mit Enter könnten wir auch was deaktivieren, hier zum Beispiel. Oder hier, die Waffen würden dann in dem Sinne nicht mehr funktionieren. Alsoweit ich weiß, kann man auch, wenn man es wieder raus geht, mit der Taste 4 alle Waffen einfach abschalten. Könnte man auch machen. Wenn schalten wir es wieder an, gehen wir jetzt da rein. So, wir wollen aber die offen konfigurieren. Und mit F1 bis F4 kann man die 4 HUD-Menüs durchswitchen von Overview, Weapon, Power und Shield. Wir gehen ins F2-Menü, in dieses Weapon-Menü und das sehen wir dann mit dem Auszeiger, wir haben hier die 3 Waffengruppen 1, 2 und 3. Und hier sind die 4 Waffen. Welche genau das sind, das kann ich eigentlich nicht sagen, da es alles Bulldog-Spieler sind, aber offensichtlich kann man noch nicht unterscheiden, welche die Turrets sind und welche die unter den Flügeln. Auf jeden Fall können wir hier jetzt welche ausstellen. Und hier auch. Jetzt dürfen wir einfach mal einstellen. Und zwar die 2 hier, in Weapon-Group 1 und die 2 in Weapon-Group 2. Und in Weapon-Group 2, also 3, stellen wir die Raketen-Pots ein. Dann gehen wir wieder schnell raus. Ja, Taste 1, da sind die 2 an den Flügeln. Da ist die 2, sind die Ding. Sind die an Turret und Waffengruppe 3, also Maustaste mittlere, haben wir die Raketen. Das finde ich ganz nützlich, weil damit kann man dann wirklich Waffen, die zusammengehören sollten, oder beweglich sind, beziehungsweise unbeweglich alles in eine Waffengruppe hauen. Und das bringt es dann doch eher einen Wegkampf. Das können wir jetzt aber wieder schnell zurück machen, indem wir hier wieder einfach einstellen. Die haben wir wieder raus, die auch. Und wir stellen hier wieder auf die Maustaste 2 die Raketen ein. Genau. So. Eine kleine Ergänzung wäre noch. Wie wir sehen in der Overview, mein Schiff hat 4 Schilde, ist eine Mustang Delta, die wird standardmäßig auch nur mit 2 Schilden geliefert, und zwar vorne und hinten. Dank dem Rental Equipment System habe ich mir einen Schild gekauft, 1000, Size 2, vorher weise in Size 1. Und der hat jetzt glücklicherweise auch an allen 4 Seiten Schilde. Das heißt, wir sind nur noch oben und unten ungeschützt. Dank den Maustasten, also nicht den Maustasten, sondern nur am Blockpfeiltasten, können wir auch mit 8 die Schilde zum Beispiel nach vorne verlegen, mit 2 nach hinten, 4 und 6 an die Seiten, und mit 5 haben wir wieder die Ausgangsposition. So. Ich möchte hier kurz am Ende nochmal ganz kurz auf Landen eingehen. Ich behaupte zwar schon, wie ich das dazu gemacht habe, allerdings ohne Erklärung, beziehungsweise Erklärung nur schriftlich. Also zum Landen. Wir drücken die Taste N, und dann haben wir hier unten die Ansicht, wo denn die Landepartformen sind, und die sind jetzt blöderweise unter uns, aber das macht dem Dems nichts. Ähm, ja, wir striven jetzt einfach mal kurz weg, mit unseren E-Taste, mit unseren Trustern, und dann sehen wir es hier. Ähm, beim HUD sieht man über Coupled noch Automated, das heißt, automatisches Landen ist deaktiviert, das können wir aktivieren mit M. Der Landepartformen ist übrigens, ich weiß nicht, ob ich es gerade erwähnt habe, können wir mit N aktivieren. Also N, dann M, für ihr automatisches Landen, beziehungsweise jetzt ist es an, dann Neon, und das ist das Teil. Ähm, Standardkonfiguration ist die mittlere Maustaste, und dann haben wir das, dann folgen wir an sich, nur noch den roten Pfeilen, ganz langsam eigentlich, bis wir zum Viereck kommen, das haben wir jeden Moment vor uns, genau das ist hier, und jetzt sind wir schon drin, das Schiff landet automatisch, das können wir auch anschauen, hier, ja, und gleich sind wir auch unten, und zwar genau perfekt, ohne dass der Schiff Schaden genommen hat, jetzt könnten wir auch F drücken zum Aussteigen, wenn man das da möchte, allerdings in der Mustang ist das Video ein bisschen kompliziert auszusteigen, da man die Leite irgendwie ziemlich schwer findet, wie man hier sieht, ist, naja, okay, gerade nicht, aber, ja, aber es ist ein bisschen das ist verpackt, okay, mit, ähm, Mausrätchen drehen, könnten wir noch eine Waffe ziehen, und, ja, das war's im Grunde eigentlich schon wieder, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, ihr dürft gerne einen Kommentar da lassen, Like da lassen, und auch gerne abonnieren, auf wiedersehen.